Entschuldigung, ich hätte da mal so eine generelle Frage zu halbsynthetischem Motoröl. Was haben Sie denn für eine Frage? Wenn jemand aus Versehen, also ich meine durch reinen Zufall, also wenn eine Person rein zufällig für ihre zu Trockenheit neigende Mischhaut statt Babyöl halbsynthetisches Motoröl benutzt hätte und sich jetzt gar nicht mehr sicher ist, ob Babyöl und halbsynthetisches Motoröl die gleiche, wie sagt man, Viskosität haben. Könnte dann diese Person einen Ölwechsel machen? Sie haben sich jetzt nicht allen Ernstes halbsynthetisches Motoröl ins Gesicht geschmiert. Nein, natürlich nicht. Es heißt ja Motoröl. Das ist also für Sachen, die einen Motor haben. Zum Beispiel Autos, die haben auch einen Motor. Deswegen Motoröl. Basteln Sie weiter. Bekut halbieren Sie weiter. ên Mischief-